Es war ein schöner und sonniger Tag. Haha, von wegen, ich wollte nur sehen, ob ihr aufpasst. Ich hatte mich auf meine Schatzquest so richtig gefreut. Doch es sollte anders kommen. Tadaa. Zwischendurch hatte ich tatsächlich Glück. Pommes! Hey Pommes, ich habe Pommes gefunden. Ich habe Pommes gefunden. Ich habe Pommes gefunden. Wuhuuu. Aber nun war der Spaß vorbei. Hey. 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 Wo ist das denn bitteschön? Ja klar, verarsch mich durch. Ja klar, verarsch mich durch. Wie soll ich denn da was abbauen? Das war ja schonmal die Stelle. Das ist doch total... Mh. Bitte fixt diese Stelle, liebes Rubberband Games Team. Das finde ich echt spitze. Die Stelle sind ja überhaupt nicht schaffbar. Wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Bitte zeigen Sie mir. Es ist unmöglich. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ja, jetzt sind wir beide wieder Farbe, ich hab' mich vorhin schon gesehen. Das ist jetzt so spät... ...strange! Vor allem ist er jetzt auch immer hier... ...der Witz. Pfff, echt, ist nicht wahr. Ja, doch alles landet im Wasser. Ach komm, hey, das ist so für'n Arsch gewesen. Das ist echt so für'n... ...Pobo! Popolino! Und hier geht's links zum nächsten Video! Euer Flint!